Handwerk ist die Seele unserer Arbeit. Das schmeckt seit über 100 Jahren. Die Bäckerei Wagner in Hütting im Landkreis Passau ist durch und durch ein Handwerksbetrieb. In der Produktion arbeiten Fachkräfte, also auch Meister, Gesellen und natürlich Auszubildende. Es werden ausschliesslich sorgfältig auf Qualität und Herkunft geprüfte Rohstoffe verwendet und, wenn möglich, direkt aus der Region angekauft. Garantiert gentechnikfrei. Die Bäcker und Konditorinnen arbeiten strikt gemäß der Tradition. Durch das, dass es ein Familienbetrieb ist, sind wir natürlich der Qualität ganz besonders verpflichtet. Man ist auch verantwortlich für das Ganze, was da tagtäglich der Kunde ist. Und da möchtest du natürlich, dass das allerbeste ist. Deswegen geben wir auch unser Bestes jeden Tag. Seit 1905 wird der Herr Rinder gebrochen. Also nicht da herinnen direkt, sondern ganz vorne, in dem ersten kleinsten Raum. Und dann haben sie immer wieder stückweise dran gebaut. Der Urgroßvater hat angefangen und Oma hat weiter getan und dann der Papa und Mama. Und jetzt mein großer Bruder und ich. Und die nächste Generation steht auch schon bereit, beziehungsweise ist schon in der Firma. Die Familie Wagner betreibt über 20 Filialen. Die Größe des Betriebs ist das Resultat eines gesunden Wachstums. Unsere Bäckerei ist auch aus den 50er Jahren heraus, ist die schon gewachsen, weil wir so ein gutes Brot gemacht haben. Später dann bei den Hotels, wenn die das Brot abgegeben haben zum Probieren, dann haben die gesagt, ja ist das ein gutes Brot. Und dann haben die immer wieder bei uns gekauft. Mehr als 100 Jahre erfolgreich kann eine Firma nur sein, wenn sie sich auch ständig weiterentwickelt. Besonders energiesparende Öfen und ein ausgeklügeltes Wärmerückgewinnungssystem ermöglichen ein zeitgemäßes und effizientes Backen. Die Energie, die wir einsetzen zum Bacher, nämlich die Hitze, die wir brauchen bei den Öfen, die nutzen wir halt jetzt ganz gut für das ganze Warmwasser, für Fußbombenheizungen, für die Raumbelüftung, sogar für die Gärräume, die dann beheizt werden. Aber das Wichtigste, es schmeckt. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb und mit Herz und Seele sind ein Ausbildungsbetrieb, aber es ist ja ganz schwierig geworden, weil die jungen Leute nicht unbedingt jetzt von Haus aus gerne Bäcker werden machen und in der Früh aufstehen machen. Aber die, die mal dabei sind, die sind gerne dabei und die brauchen wir auch, weil wir brauchen in Zukunft auch super Leute, die da mitten in der Nacht antanzen und eine super Arbeit abliefern. Für die Zukunft wünschen wir, dass wir Bestand haben, dass weiterhin ein Familienbetrieb bleibt. Für die Zukunft wünschen wir, dass man den Handwerkscharakter noch besser ausser tut, dass man eben Bestand hat, weil einfach die Leute wissen, dass beim Wagen eine gute Qualität braucht. Lassen auch sie sich überzeugen von der Meisterqualität mit über 100-jähriger Tradition.